Hallo, liebe LEGO-Fans, liebe Freunde, der Disky-Fegenstein ist kommend... Oh Gott, oh Gott, ich kann mein eigener Catchphrase nicht mehr. Oh Gott. Als ihr dieser Anblick euch verwirrt, ich bin's. Und herzlich willkommen zu einer neuen Haul. Ja, es ist mal wieder Zeit gewesen, ich musste mal wieder kaufen. Guck mal hier, geil, oh geil, vom lieben Blockstar. Wenn du wüsstest, wie krass ich das finde, kann man das sehen, ich hab grad Gänsehaut. Nö, ein wunderbares T-Shirt, sitzt ein bisschen Spack auf meiner Plauze. Oh, der dicke Brummer, aber hey. Ja, so, was erwartet euch heute? Ich könnte kotzen gerade, im Strahl, und zwar vorne wie hinten. Oh, geil, hell. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal mit einem Teil an, was ich gekauft habe. Nein, es ist kein LEGO-Set, aber es ist geil, hell. Hier seht ihr es, der Marshmallow-Mann von Playmobil. Oh, ist das scheußlich. Geil, hell, richtig, richtig cool. Unglaublich scheußlich. Wir zitieren an der Stelle die Abenteuer der Rückseite. Es ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Schnauze! So, dann machen wir weiter. Dann haben wir ein großes Paket von, ähm, müssen wir gucken. Von dem lieben Maid in Billund. Fragen Sie mich bitte nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Äh, dankenswerterweise die ganzen Becher hier mitgeschickt. Super, die ich, äh, jetzt so überhaupt nicht brauchen kann. Ähm, ja. Ha, Freunde, ihr seid manchmal echt so bekloppt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Paket. So, dieses Paket, wie gesagt, von einem, äh, Zuschauer meines Kanals. Ein bisschen aus der Fassung. Ich kann checken! Nein! Ach. Pusa. Wir reiben den Ärger in die Wüste. Ach, Freunde. Und jetzt zeige ich es euch mal. Ja, das war's von dieser Stelle. Es ist alles voll. Es ist alles... Es ist der Wahnsinn. Äh, schreibt ruhig mal unten in die Kommentare rein, was davon ihr vielleicht auch habt. Genau. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist und nichts mehr verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Und ja, da will mal wieder hier einer Klicks generieren. Ich könnte kotzen. Aktivier die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video und ich sage, ciao. Wait, da gibt's zumiłten Jaist. Das war's vor allen. Besuch das多. Und dann heilt die Glocke. Untertitelung des ZDF, 2020